Jo, hi und herzlich willkommen hier zur weiteren Runde Hexelt mit dem Niklas Hallihallo und der Spielpirat. So, ich habe jetzt extrem schon vorbereitet. Ich habe einfach mal gerade zwei Kisten gemacht. Oder vier. Bevor du alles hochbringst, ich muss mal gerade ein bisschen was vom Inventar lernen. Das geht gar nicht. Hier sind wir. Das ist einfach zu viel. So, Ender Giant Sword. Einfach hier reinschmeißen. Bottle of Enchanting. Ach so, da hätte ich was gehabt. Okay. Pack mal die Sachen hier noch raus. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir jetzt hier weiterkommen, oder? Ja. Wir wollen jetzt in Twilight Forest reingehen. Genau. Gut, das machen wir dann auch glatt. Ich packe die Sachen hier nochmal weg. Ja, naja, ich bin ja gleich fertig hier. Ich bin ja wirklich gleich fertig. Dann packen wir hier. Ich baue mir noch eben einen Zauberstab zu mitnehmen. Okay. Hast du zufriedig Diamanten gerade? Guck mal hier die Kiste rein. Was für einen Zauberstab willst du haben? Ich baue mir ein Darkness. Okay. Warum soll es der Darkness sein? Weil ich es kann. Das ist eine tolle Argumentation. Definitiv. Wirklich. Ja. Wo hat er nämlich woher damit? Nein, keine Ahnung. Darkness ist halt... hört sich schon cool an, so. Ja, keine Ahnung. Außerdem sind die Effekte cool, wenn man damit schießt. Ja. Okay. Okay, okay, okay. Ja, warte mal. Gut, ähm, ich bin jetzt hier also auch gleich durch. Durch. Gleich heißt... Macht zwar nicht... Macht zwar nicht so die Menge an Schaden, aber... Ähm, sag mal, weißt du, was ein Golden Glow-Saal macht? Äh, Gül-Saal? Minecraft has run out of memory. Ach, Quatsch, echt jetzt? Oh ja. Äh, Golden Gül-Saal, die sind für Chocopos wichtig. Ja, die Frage ist nur, wie inwiefern. Ähm, wenn man sie züchten will. Okay, also haben wir damit spezielle Effekte oder sowas in der Richtung, ja? Man kann sich Goldene, glaube ich, machen. Goldene Chocopos. Und die haben ja dann unterschiedliche, unterschiedliche Effekte, ne? Unterschiedliche Sachen. Äh, im... Soweit ich weiß, haben sie nur unterschiedliche Farben, aber... Ja, soweit ich weiß, können auch manche fliegen und sowas. Das ist doch auch nur mit gewissen Farben möglich. Nicht mit allen Nebenteils. Weiß ich... ...jetzt nicht... ...so wirklich. Hm. Okay. Ich hoffe, das wollte ich gerade nicht. Doch, doch, war so gewesen. Ähm... Ich leere jetzt gerade noch mal den Rucksack hier. Äh... Das ist alles nervt klar. Und ich versuche wieder drauf zu kommen. Wie kommst du nicht drauf? Äh... Ich bin jetzt auch gleich fertig. Ich musste nur mal kurz für meine Rucksäcke lernen. Weil irgendwie schleppt man doch viel zu viel von dem Zeug mit. Und wir müssen echt aussortieren. Wir brauchen so viele Sachen gar nicht mehr. Wir haben so vieles doppelt und dreifach drin, wie du schon recht hattest. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja... Ja, auch so eine Shanehose oder Golden Leggings brauchen wir nicht. Ich meine, die haben jetzt zum Beispiel diese Rüstung. Ja, ja, das ist richtig. Ich wollte eigentlich, ähm... Das, was ich, äh, was ich ursprünglich mal machen wollte. Ich wollte eigentlich, äh... Pass mal auf, bleib mal hier stehen, bleib mal hier stehen. Red weiter. Ja. Ich wollte eigentlich was machen. Ähm... Und zwar wollte ich... Genau. Und das war ein, was man nicht machen wollte. Nein, was wollte ich machen? Ich wollte so ein, ähm... Wie heißt das nochmal? Uncrafting Table bauen. Uh, ja, das ist cool. Ja. Nur bei der Shanehose ist das auch nicht weiter sinnvoll, weil Shane kann man nur finden und nicht machen. Ja, gut, okay. Aber wir brauchen dieses Maze Map Fokus und den kriegen wir jetzt nur im Twilight Forest, ne? Äh, muss ich nachgucken, ne? Äh... Äh, doch, 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 kriegen wir, glaub ich, soweit ich weiß nur da. Deswegen, äh, lass uns einfach mal gucken. Darf ich mal bei dir grad einen Schaden ausprobieren? Ich will mal wissen, wie viel Schaden der macht. Okay. Alter, wie viel Pfeile schießt denn der? Das ist ein Legia, aber auch. Den hab ich auch. Der schießt zwei gleichzeitig. Aber der macht auch kaum Schaden, oder? Ähm, das liegt daran, dass wir jetzt so gute Rüstung haben. Okay. Den müssten wir also noch verzaubern. Lass uns mal schlafen gehen. Kann man schlafen gehen? Hier irgendwo, oder? Ja. Ähm, der macht sehr viel Schaden an Monstern. Monster zieht ja fast mit einem Schuss komplett down. Okay. Aber wir haben jetzt so gute Rüstung, aber wir treffen ja kaum auf Gegner, die so gut gepanzert sind, außer vielleicht irgendwelche Bossmonster, die wir mittlerweile aber auch. Dann lass mich mal ganz kurz nur noch mal hoch. Ich würde noch mal ganz kurz hoch. Ähm, sag mal die Feder, ich habe gehört, die Feder muss nicht im... Ach, da war das in dem Haus, ne? Okay. Die Feder muss nicht unten in der Schnellinventarleiste sein, oder? Nein, muss sie nicht. Okay. Ach Gott, scheiß Shader-Geschichten. Hab ich ihn sowieso deaktiviert, oder? Was ist er an? Warum habe ich den Shader eigentlich nicht an? Also wenn ich ihn schon installiert habe, oder? Ja. Ey. Was soll der... Aber echt mal, was bist du denn für einer? Was für ein Noob hier? Kack Noob bin ich. So, äh. kalbasisch. Ja, aber so... Kann echt nicht wahr sein. Wvolts. Warte, noch. Ich brauch mal hier... Achne, das war ja Dings. Power und... Weißt es nicht alles gibt hier? Was hab ich auf meine Einglich drauf? Nur Power 3. 並 decreased. Ähh... Lenge ist es mal... Da wäre da jetzt gerade nicht so viele Level, valu ich. ok ich habe auch nicht so viel level fällt mir gerade aus ich habe auch noch mal punch drauf getan dann lass uns mal zum twilight ja welchen bus hattest du denn besiegt gehabt schon naga in naga dann bleibt der urgas der lich king und die hydra genau und drin auch interessant du bist drin ja so eine pappnase oder viel spaß dann brennst du schon ich brenne du hast ein diamant sein sport geil kommst du rein allerdings zu sein und hast einen diamant ok gut wo gehen wir hin wegpunkt ist sie gesetzt ja ich sag mal hier drüben war wäre schlau du siehst ja alle aus den ganzen dimensionen also was ist denn hier grad los sind hier hat los ich will glaube ich hat düsen flieger ja ja ein bahn doch jetzt die naga besiegt wo bist du jetzt eigentlich eher bei diesem nager gebiet hier was kann man mit denen machen mit dem firefly kann man irgendwas machen die kann man auf hängen dann leuchten die glühbirnchen ja ja aber kann man also die kann man nur aufhängen oder wie also ich weiß schon auch sein dass man da andere sache noch mitmachen kann ist ja toll davon weiß ich jetzt nicht soll mir dann einfach mal so in die richtung hin in die da hinten aber mir hängt es gerade ja bei mir jetzt auch aber warte mal ich glaube ich werde hier den shader also ich glaube ein shader im ein teil ist es ist ein bisschen schwachsinnig guck mal wie cool das aussieht was hängt denn hier was weiß ich gerade auch nicht was schießen du da auf mich ist der langste okay ich glaube damit kann ich leben absaugen oder einfach nur schaden zu füllen ich sollte vielleicht nicht so schnell laufen was sind das hier ein baum oder normaler baum ist so ein baum wo können wir auch wohnen ich bin rausgegangen aus dem ding ich weiß ich stehe hinter dir wahnsinn wenn ich laufe wie er hinter mir stehen kann ist ja der reinste wahnsinn ja müssen wir mal suchen auf eine select ist ja kacke was legt er denn hier gerade noch alles ja die welt ist ja sehr groß an sich gucken wir mal was wir finden ich glaube da hinten ist dahinten ist zum pilz dings ach wollen wir dich mal wollen wir dich mal den einen den den 1 wo bin ich denn jetzt hier hin man wo denn in die richtung okay weil da hinten ist sicher da oben ist noch diese eine dungeon dieses eine ding da bei uns am spawn direkt was ich gar nicht gemacht habe aber wir können auch woanders hingehen von mir aus mir ist es egal also in diesem pilz michael ist von out of memory scheiße abgesehen da war ja nicht wo du bist ja du bist glaube ich ein bisschen zu schnell hier oder für den twilight forest kann es auch kann auch sein dass er einfach echt zu viel laden muss hier an mods ich kann aber gar testen welche ab jetzt noch noch mal laufen da ist das so als würde ich rennen ich bin jetzt auf dem auf dem dungeon drauf auf welchem denn na auf dem großen steinblock der der daneben dem nager dinge liegt also ich meine ja also wenn wir die anderen drei boss besiegen wollen müssen wir meine ich auch in andere biome rein können wir ja machen aber ich wollte mal wenigstens ganz kurz hier so einen kleinen dungeon hier irgendwie weiter 31 schaden echt jetzt wo bist du na auf diesem steinblock mann ich bin jetzt bei diesem nager dinge ja und ich bin hier oben drauf auf dem großen stein ding guck mal nein laufen nach rechts guck mal hier oben siehst du mich ja und rost hat jemand 31 schaden gemacht oder hier wurde 31 schaden zugefügt ich habe 31 gemacht mit mit dem double bow ja sag ich ja der macht viel schaden viel ist ja ein bisschen untertrieben mehr als das schwert das ist übel also liegen wir eben kurz zwei diamanten im das ist schon dann schon wie wir schon mal unter wasser hatten oder ja richtig genau noch mal drei diamanten krasse scheiße warte mal ich muss mal gerade hier ein bisschen was glaube aussortieren ich bin jetzt auch oben auf dem ganzen drauf da kommst du mal rein wie krass krasse scheiße was ich nicht dabei habe dummerweise das essen sind fackeln aber die habe ich gerade gekriegt was mache ich denn jetzt hier aus meiner nachkommen habe ich den mal raus gerade machen wir hier eine fackel rein wie waren das jetzt gewesen hatten wir nicht hier auch mal hinter so ein jetzt müssten wir eigentlich hinter die ganzen bücherkisten immer wieder gucken oder ja aber ich glaube nur bei büchern war das ich weiß es nicht ich weiß es nicht total lächerlich ist keine bücherkisten hier vor diese spektral dinge also ich habe dabei schon sowas von kein problem mehr aber ich muss den sound dringend ausmachen was meinst du mit spektral dinge diese spektral die heißen doch so ich weiß jetzt nicht genau was du meinst ja dann warst du vielleicht jetzt gerade schon nicht noch nicht bei denen diese komischen dinge wo wir probleme so hatten weil der eine da zum beispiel keinen schaden bekommen hat einfach nein kennst du den noch meinen ich glaube ich weiß welchen ach da ja ja ich weiß welchen man es waren ja so spektral zeugs dinge da war das doch nein das waren keine zuschauer nee sondern speck dinge ich weiß was du meinst die hießen spektra es war ein specki warum so für die ganze zeit irgendwie was um die ohren weil hier so bienen sind ich habe ich jetzt die habe ich jetzt erledigt muss ausschalten nach so schwarzen punkten die zu ganz viel in der luft rumschweben ach so like vielleicht fliegen scheiße ok ok ja ich versuche jetzt auch gerade mal so ein bisschen durchzulaufen mach komm ich bin wieder hin zu einem bücherei dienst ja ich weiß und ich habe aber leider jetzt gerade nicht auf 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 dinge sind ja nur bücherei geschichten ich brauchte irgendwie mal eine axt aber ich habe keine axt habe ich eine axt mitgenommen lol was ist ein bluer schleim der so extra gut ist weiß schon so besonderer schleim der hat mich irgendwie in so einen schwarzen raum gehauen wo alles klar irgendwie habe ich gerade keine keine axt mitgenommen ich idiot was mich gerade ein bisschen ankotzt und ich wollte erst zwei mitnehmen habe es aber doch gelassen ich habe aber auch zu viel ich brauche den jetzt doch den brauche ich eigentlich man mich nervt das gerade irgendwie bin ich so ein bisschen vom inventar schon wieder so leicht überfüllt hast du keine backpacks mit doch heute sind immer auch alle so ich kann nicht hinter bücherkisten gucken weil ich keine axt mit bei habe es nervt mich gerade und hier summt irgendwas die ganze zeit ich werde bescheuert ich hasse bienen und ich sehe aber auch keine wenn ich eine sehen würde ich jetzt erledigen wenn die immer lauter werden dann es ist eigentlich ein zeichen dafür dass du näher kommst oh mein gott reinforced boah ne ich hab jetzt ehrlich gesagt genug davon ne nimmt jetzt auch nicht mit soo warst du hier schon gewesen kann sein weil da nichts mehr ist wahrscheinlich setzt auch keine fackeln oder ach hier wo wasser oben rein läuft da warst du drin gewesen ne ja oh gott wo wirst du denn jetzt äh ich glaube wir laufen gerade ziemlich an uns vorbei hier hier hinter dir ich renne weg hau weg hier die kacke die büscherei warst du auch schon gewesen ne hier drin war ich schon dann haben wir den dann schon hinter uns das war jetzt alles echt jetzt ja muss ja nicht immer so ein walker boss geben aber ich glaube soweit ich weiß ist einer der übrig gebliebenen bosse in so einem pilz biome und da hinten war ja eins guck mal guck mal in die öfen wir können das ach hier oben sind die ganzen dinger drauf kommen ja sofort sie brauchen das ganze gold zeugs hier greift mich an wo bist du das sind moskitos hier siehst du die ah ich seh sie die kannst du auch erledigen hab ich schon und da vorne ist noch einer und ja ja nice one alte scheiße okay wir müssen jetzt so in die richtung in welche die okay oh warte mal kurz ach ne doch nicht was denn ich dachte da oben wäre der vom lich king gewesen aber nein na lauf ich komm hinterher wir gucken mal dann haben wir ja schon mal gesehen wie sinnlos dieser ganze scheiß dungeon eigentlich war es gibt die kleine und die großen waren wo ist denn du gerade ja ich würde vorschlagen dass wir einfach mal gerade eine kleine aufnahmepause machen oh warte ne sehen wir uns in der nächsten folge wieder wahrscheinlich ja wir stellen uns mal einfach hier oben drauf was denn das hier lapis oder was ist das äh generell was ist das für ein turm äh obsidian aua obsidian könnten wir obsidian mitnehmen aber auf jetzt könnte das ne was denn jetzt kein dungeon also wir sehen uns in der nächsten folge bis dahin tschüss